Herzlich willkommen zum ganzheitlichen Tierarzt-Podcast. Was passiert hinter den Kulissen? Was bewegt Tierärzte und Tierbesitzer? Und natürlich Real Talk. Hallo, lieber Tierfreund. Wir hatten heute in der Praxis ein Nashorn-Impa. Ganz spannendes Tier, wirklich wunderschön, aber auch hoch, hoch, Gift. Gift-Schlangen üben natürlich eine ganz besondere Faszination aus die Leute, weil ich kann nicht verstehen, was ein Tier erhalten kann. Ja, kann ich verstehen, mit denen kann man halt nicht kuscheln. Im Händling ist es so einfach. Und es ist auch so, dass wenn man was behandeln muss, das muss so wie bei einer Katze oder bei einem Meerschweinchen ist, auch, es gibt ja einfach zweimal am Tag Augensalbe oder es gibt ja einmal am Tag Meditamente ein, die es dann doch mit entsprechenden Risiken behauptet ist. Diese Nashorn-Wieper, die übrigens verwandt ist mit den Gabrun-Wiepern, die sind so ganz flach und die haben irgendwie gekielte Schuppen. Das heißt, wir haben oben auf der Schuppe noch einen kleinen Kiel oben drauf. Wenn man da mit der flachen Hand drüber streißt, sieht sich das an wie so ein Reibeisen. Aber es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und ich finde, ich wunderschön, diese Viecher, aber auch blitzt schnell. Dieses Tier hat eine Augenverletzung, sodass wir die ein bisschen sediert haben, aber trotzdem der Besitzer, die gut gehändelt hat, also sehr, sehr diffiziert hat. Und das ist etwas, ja, was ich voraussetze bei einem Giftschlangenbesitzer und auch bei generellem Schlangenbesitzer, aber insbesondere bei Giftschlangenbesitzern, dass sie einfach ihre Tiere handeln können. Ich habe einige Giftschlangenbesitzer, deren Freunde sich dann auch eine Schlange holen und nach dem Haltenjahr dann fragen, kannst du mir mal helfen mit der Schlange? Ja klar, und dann kommt raus, ja, sie wollten mal das Geragium sauber machen. Weil sie haben bisher immer die Futtertiere einfach so reingeworfen, und haben die Tiere nie gehändelt, nie rausgenommen, nie sauber gemacht. Und das funktioniert natürlich nicht. Also man muss dann schon einen Kurs drinlegen, wie man Giftschlangen händelt. Man muss sie regelmäßig händeln, jetzt nicht übertrieben, aber zumindest mal rausnehmen, in einer anderen Box füttern, dann auch das Geragium sauber machen und so weiter, weil wenn irgendwas ist, muss man sie ja auch händeln können. Und das ist leider oftmals so, dass sich viele Leute eine Giftschlange oder Ähnliches holen, aber dann einfach damit gar nicht klarkommen oder gar nicht wissen, was sie damit tun müssen. Das ist natürlich bei der Giftschlange dann ein Riesenproblem. So bin ich auch hier in der Gegend mit einer der wenigen Tierärztlichen überhaupt Schlangen und auch Giftschlangen oder Giftschiere behandelt. Wir haben ja auch Ex- und die Giftschere behandelt. Ja, aber ich habe auch sehr hohe Ansprüche an meinen Patientenberichter, der dann entsprechend einfach auch das Gehandelt. Und wenn ich nicht sicher bin, dass ich mich da auf 100% verlassen kann, dass das einfach auch wirklich das mit Hingabe macht, der wirklich ein hohes Licht und Ordnungsbewusstsein in dem Moment hat, dann ist es einfach so, dass ich auch solche Patientenberichte ablehne. Ist einfach der Sicherheit geschuldet, weil ich sage, ich habe da keine Ausbildung gemacht, wie mein Giftschlange händelt. Ich könnte es, aber warum soll ich das Risiko eingehen? Der Chibetitzer muss es ja eh dauern machen. Also insofern soll der natürlich zufällig die Giftschere händeln. Und entsprechend dann, da bin ich entsprechend sicher, weil ich konzentriere mich dann auf die Behandlung und auf Untersuchung und eben nicht auf das Handling und das Sezieren. Ja, also wirklich ein ganz spannendes Thema. Also ich finde das immer wieder faszinierend und immer spannend, wenn jemand mit exotischen Stieren kommt, dass noch ganz so ein bisschen den übrigen Alltag zwischen Hund und Katze und Meerschweinchen doch sehr, sehr auf. Aber wie gesagt, man muss halt ein anderes Augenmerk drauf haben. Man muss halt etwas der Sorgfalt bleiben lassen und natürlich auch entsprechend Fortbildung in diesem Fachbereich machen, damit man halt auch in Repilienkrankheiten auf dem Laufenden bleibt. Gerade Repilienkrankheiten und Co. Es gibt nicht viel Fachbücher. Das Ziel wird durch die Community getragen, das heißt andere Tierärzte mit Pätschieren arbeiten, Repilienzoos und so weiter. Und da wird einfach viel Wissen ausgetauscht und ja, macht Spaß. Ist eine tolle Gemeinschaft und hier wieder Repilien und generell Wichtstierende oder generell Repilien und auch Klang wäre faszinierend. Macht wirklich Spaß. Und ja, geht ruhig mal in einen Repilienzoos, schaut euch das an. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn ihr dabei seid. Und ganz liebe Grüße und einen wunderschönen Tag dir nehmen. Herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Abonniere gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Und danke dir für eine positive Bewertung hier bei iTunes. Weitere Infos, Einladungen zu Seminaren, Checklisten und vieles mehr findest du in den Shownotes. Und auf den nächsten Podcast musst du gar nicht lange warten, denn morgen geht es direkt weiter hier mit Henning Wills.